Ab geht's aus Schocker von der Brückenstraße in Leipzig 15 km durch die Innenstadt und Ich bin noch dran, Eckart ist schon im Wasser, ich hab's noch vor mir. Na gut, da geht's langer. So was mag ich schon? Appel, ramm, pasta für food. Musik Musik Am Palmberg tun wir diesmal nicht mehr fotografieren und halten. Wir machen jetzt sogar spät in den Karl-Reine-Kanal. Dort kannst du das erste Mal meinen Weg wieder filmen. Ich wäre voll gut. Axel Birn, egal. Junge, Junge. Stadtkanal. Hier haben wir unser Bier schon getrunken. Das ist ein Pfeil. Ecker, zieh vorbei hier. Auf der Autobahn los. Zieh durch hier. Mensch, da sind wir keine Eingeschnackers auf. Oh, mit Bravour, wir haben schon langsam Übungen in der ganzen Sache hier durch. Ja. Ist doch toll. Bis zum nächsten Mal.